Willkommen zurück bei Father & Son Play for Fun. Ich zeige euch mal, wo ich bin. Moment, haha. Das finde ich nicht so gut. So. Hier. Ne, wapiti. Da. Ist ein legendärer Wolf. Das ist nicht immer so einfach. Uhrzeit blende ich auch mal ein. Kurz nach 9 Uhr morgens. So, Waffe ist geladen. Ja, das ist nämlich manchmal ein bisschen tricky. Der wehrt sich. Und hier zwischen den Bäumen klappt das nicht immer so gut. Da geht es schon richtig gleich zur Sache. Oh. Das Pferd wird nervös. Mal beruhigen. Ah, jetzt passiert es. Jetzt hat er mich abgeschmissen. Jetzt werde ich hier vermutlich zerfleischt. Ah, das ist nicht so einfach hier. Schnell so einen Stein rauf. Das Pferd mal eben ran pfeifen. Da hinten kann man ihn sehen. Oh, da. Da. Das Pferd will aber nicht so richtig ran. Und jetzt hoffe ich, dass ich den nicht verliere. Denn das wäre ärgerlich. Ah, da ist er. Ah, jetzt bin ich schon kurz vorm. Ja, das war's fast. Schnell eine Arznei. Pferd ran pfeifen. Ihr seht, so einfach ist das nicht. Ich muss mich also hier schon ein bisschen konzentrieren. Mein Pferd ist immer noch nervös. Wenn man ein paar Mal angeschossen hat, rennt er weg. Mann, 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 Mann. Welcher ist das überhaupt? Legendärer Onyx-Wolf. So. Ich pfeife schon die ganze Zeit hinter meinem Pferd hinterher. Das will aber nicht. Mann, Mann, Mann. Das dauert ja ewig hier. Und ich will ihn auch nicht verlieren, denn... Legendäre Tiere können tatsächlich entwischen. Und mein Pferd will ja irgendwie nicht. Da hinten ist er. Das gibt's doch nicht. So. Endlich. Legendärer Onyx-Wolf. In der Nähe von Vapiti. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for Fun. In. 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 Vielen Dank.